Das Weltmuseum Wien, zuvor Museum für Völkerkunde, ist ein ethnologisches Museum in der Wiener Hofbrock. Geschichte Im Jahre 1806 wurde ein Teil der Sammlung von James Cook für die K.K. Ethnographische Sammlung erworben. Ab 1876 wurden die Bestände der anthropologisch-ethnographischen Abteilung des späteren Naturhistorischen Museums übernommen. Am 28. Mai 1928 erfolgte die Eröffnung eines eigenen Museums für Völkerkunde. Seit 2001 wird das Museum vom Kunsthistorischen Museum verwaltet. Nach umfangreicher Sanierung wurde es im Mai 2007 wieder eröffnet. Das gilt allerdings nur für Sonderausstellungen. Die DAURA-Ausstellung ist inzwischen schon seit 2001 nicht mehr für die Öffentlichkeit zugänglich. Im April 2013 wurde das Museum in Weltmuseum Wien umbenannt. Seit dem 3. November 2014 ist das Museum für Umbauten geschlossen. Es soll 2017 wieder eröffnet werden. Kulturminister Josef Ostermeyer forderte am 26. November 2014 aus finanziellen Gründen eine Redimensionierung der Neugestaltung. Im Jänner 2015 wurde bekannt, dass das Weltmuseum auf 3.900 Quadratmeter Ausstellungsfläche verkleinert werden soll. Gleichzeitig soll ein Haus der Geschichte mit rund 3.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche geschaffen und 2018 eröffnet werden. Sammlungsschwerpunkte Das Museum besitzt über 200.000 ethnografische Objekte, 25.000 historische Fotografien und 136.000 Bücher zur Kultur und Geschichte außereuropäischer Völker. Neben der Sammlung von Cook mit Objekten aus Ozeanien und Nordamerika gibt es präkolumbische Federarbeiten wie Montezumas Federkrone. Die große Sammlung Johann Naterras von der österreichischen Brasilien-Expedition. Broßen aus dem Westafrikanischen Königreich Benin sowie etwa 14.000 Objekte. Die Thronfolger Franz Ferdinand auf seiner Weltreise zusammentragen ließ Leitung. Generaldirektorin des Kunsthistorischen Museums mit Museum für Völkerkunde und Österreichischem Theatermuseum ist seit Beginn 2009 Sabine Haag. Ab 2010, nach dem Abgang von Christian Fees, leitete sie auch das Museum für Völkerkunde eng-therimistisch. Mittwoch, 1. Mai 2012 wurde der Niederländer Steven Engelsmann neuer Direktor. Bilder. Punkt. Punkt.